Herr Minister, die Selbstverwaltung arbeitet gerade fieberhaft an der Umsetzung Ihrer Krankenhausreform. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Selbstverwaltung fristgerecht und in Ihrem Sinn die Reform jetzt umsetzen wird? Also unser Ziel ist Umsetzung der Reform im Interesse der Patientinnen und Patienten. Da hat der Gesetzgeber klare Vorgaben gemacht, aber es gehört zu unserem bundesdeutschen Gesundheitssystem, dass diese Selbstverwaltung wichtige Dinge selber ausfüllt. Und deswegen gibt es Fristen. Wir verzichten, denke ich, zu Recht, wo immer möglich, auf das Instrument der Ersatzvornahme. Aber wir sagen Frist und wenn das nicht klappt, Schiedsverfahren, denn wir wollen natürlich, dass Verbesserungen bald bei den Patientinnen und Patienten ankommen. Das DRG-Forum steht unter dem Motto Ambulant und Digital. Welche Rolle werden Krankenhäuser künftig bei der ambulanten Versorgung in Deutschland spielen, Ihrer Meinung nach? Eine gute Versorgung braucht vor allen Dingen durchlässigere Sektoren. Wir haben eine Ambulantisierung bei bestimmten Operationen. Manches wird heute beim niedergelassenen Facharzt gemacht, was früher früher im Krankenhaus stattfand. Und es gibt gerade ländliche Regionen, da ist das Krankenhaus dringend erforderlich, um auch in bestimmten Facharztdisziplinen ambulante Versorgung vorzuhalten. Das heißt, das Miteinander, nicht Mauern zwischen den Sektoren, sondern Brücken, das wird im Vordergrund stehen. Und wenn Sie so wollen, eine virtuelle Brücke ist da in der Tat die zunehmende Digitalisierung, die es ermöglicht, dass sektorübergreifend zusammengearbeitet wird. Dass Selbstständigkeit der Patientinnen und Patienten auch in den eigenen vier Wänden selbstbestimmt älter werden zu können, auch bei einer chronischen Erkrankung, dass dies verbessert wird. Dass Leistungserbringer, das Haus der Grund- und Regelversorgung mit dem Maximalversorger etliche Kilometer entfernt, all dies können wir verbessern durch virtuelle Brücken, durch mehr Mut, digitalisierende Anwendungen zu nutzen. Was nehmen Sie mit von heute vom 15. nationalen DRG-Forum? Ich spüre, dass durchaus gewürdigt wird, in welchem Umfang bei uns Selbstverwaltung ja nicht in die Pflicht genommen wird, sondern vor allen Dingen ihr etwas zugetraut wird. Und dass bei manchen Gegensatz- und Interessenlagen, die es gibt, auch vieles, was wir jetzt für die Qualitätsverbesserung nach vorne bringen wollen, beherzt angepackt wird von Krankenhausgesellschaft, von den Krankenkassen. Dass natürlich die Fragen der Qualität weiter aufmerksam beobachtet werden, dass die Krankenhausgesellschaft vom Monitoring spricht. Das wollen wir gemeinsam sicherstellen, dass die Reform wirklich zur Verbesserung führt. Ich habe mich gefreut über das große Interesse an der Weiterentwicklung im Bereich der seelischen Gesundheit, wo wir uns ja für eine Weiterentwicklung des Vergütungssystems in der Psychiatrie entschieden haben. Und dazu spürt man auch hier Rückenwind. Dafür bin ich natürlich dankbar und froh. Vielen Dank. Danke, Herr Minister. Dankeschön. Danke, Herr Minister.